Shiro Games präsentiert Evoland Wir begeben uns auf eine kleine geschichtsträchtige Reise zurück zu den Anfängen von den guten alten Adventure Spielen wie Zelda oder Final Fantasy Unten rechts haben wir auch schon eine kleine Reminiscenz Da steht Copyright 1986 bis 2013 Shiro Games Das ist natürlich nicht ganz richtig Aber es zeigt an in welcher Jahresspanne wir uns bewegen Gut, ich habe noch nicht angefangen und wir steigen einfach mal direkt ein Neues Spiel So, wir können nur nach rechts laufen Freigeschaltet rechte Taste Hier scheint es eine Truhe zu öffnen zu geben Dann machen wir doch Freigeschaltet linke Taste Immer nach rechts gehen ist öde Das stimmt Freigeschaltet 2D Bewegung Und wir haben den ganzen Bildschirm zur Verfügung Ein Glück, ihr könnt nämlich sonst nirgendwo hingehen Freigeschaltet einfacher Bildlauf Ihr möchtet sehen wohin ihr geht Stimmt's? Ja, das wäre ganz nett Das wäre wirklich reizend So, da ist die nächste Truhe Da haben wir auch die ersten Soundeffekte Freigeschaltet Soundeffekte Dadurch wird das Spiel gleich lebendiger Und wir hören jetzt, wie wir laufen Freigeschaltet glatter Bildlauf Erspart euch einiges an Kopfzählbrechen Ah ja, jetzt sind wir im Zentrum des Bildschirms Und die Kamera folgt uns So Freigeschaltet ein Schwert Jetzt könnt ihr böse Monster töten und Gebüsch niedermähen Ja, wie geht das? Ah ja, okay, so Zack Wir gehen nochmal links Hier ist nämlich eine Truhe Und ich vermute mal, dass man da wieder zurück zum Anfang muss Hier So Freigeschaltet Die Karte Octorak Eine neue Karte, um Doppelzwilling zu spielen Und hier ist auch noch ein Gebüschpfad Mit einer Kiste am Ende Freigeschaltet Ein Stern Sammelt alle versteckten Sterne in Evoland Wir versuchen's Die sind wahrscheinlich dann immer als Secret untergebracht So Freigeschaltet Monster Vorsicht, berührt sie nicht Freigeschaltet Musik Ja, Evoland Melody Seit 2012 ganz oben in den Charts Ja Hab ich noch nie gehört So Okay, ich dachte man Wird direkt teleportiert oder so Okay, wir machen erstmal die Kiste hier auf Bei den Kaktien Freigeschaltet Speicherpunkte Eine Entwicklung, die Computerspiele für immer verändert hat Das ist allerdings wahr Ach, daher können wir jetzt speichern Spiel gespeichert In Sicherheit Jawohl Was ist hier Ein Stern Ein weiterer Stern Freigeschaltet Die Karte Fledermaus Eine neue Karte, um Doppelzwilling zu spielen Da haben wir schon zwei Wir haben zwei Karten Und zwei Äh Dings Ne Die 16 Farbenanzeige Macht das Spiel deutlich um einiges schöner Ein Stein Okay Da können wir nichts machen Äh Wollt ihr zum Hauptende zurückgehen? Nein Und rups Ist hier oben irgendwas? Nein Oh nein Ist aber eine Kiste Da kann man wahrscheinlich auch erst nachher durch Komm her Hab dich Du bist dran Ah, da ist noch ein Speicherpunkt Wir gucken aber erstmal hier rechts um die Ecke Und hoch geht's Speicherpunkt Spiel gespeichert In Sicherheit Evoland Short Story of Adventure Videogames Nach jahrhundertelangem Frieden Trag Tat Eine uralte böse Macht zurück ins Licht Um die Welt von Evolandia zu bedrohen Ihr seid eins der wenigen verbleibenden Mitglieder des Ordens Der Drachenritter Dessen Aufgabe es ist die Welt zu bereisen Um in den Nordleiden zu helfen Das Böse zu bekämpfen Dank des jahrhundertelangen Friedens Hatte dir in letzter Zeit nicht gerade viel zu tun Aber es sieht ganz so aus Als würde sich das bald ändern Meine Güte Das war ein Ein schneller Crawler Und wir haben wieder eine schiefen Freigeschalt Die Storyline Bums Oh Okay, man hat nur dieses eine Leben Das ist auch schon mal gut zu wissen Gut Den haben wir jetzt schon gelesen Brrrr So Handlung Eine kurze Geschichte Um euch in diese neue Welt einzuführen So Diesmal haben wir das Richtige Freigeschaltet Die 256 Farbenanzeige Das ist schon fast echte Grafik Stimmt's? Ja Der ein oder andere wird sich vielleicht erinnern Dass Spiele früher wirklich so aussahen Man muss mittlerweile wirklich aufpassen Oh, da ist noch eine Kiste Freigeschaltete Zeichenanzeige Zum Glück scheint euer Held diese Zeichen lesen zu können Dieser Pfad ist nur für wendige Abenteurer geeignet Wenn dich Okay, wir werden wahrscheinlich im Laufe des Spiels nachher die Möglichkeit bekommen Steine weg zu Hieven Freigeschaltet Freie Bewegung Zeit für etwas Action Abenteuer Ah, okay Der Dimensionsstein versperrt den Weg Versucht es mit dem Pfad im Osten Das ist also der Dimensionsstein Ui Pfad im Osten Okay, die Kakteen können wir nicht aus dem Weg räumen Ah, hier ist noch ein Kästchen Der dritte Stern Okay, wo ist denn hier ein Pfad im Osten? Nein So Wo müssen wir lang? Hier geht's auch nicht weiter Die speichern Aber ist auch ganz gut, dass Das Spiel noch keine 10 Minuten läuft und ich mich schon wieder Hoffnungslos verlaufen habe Hier ist auch nichts zu holen Ins Wasser kann man nicht rein Versucht es mit dem Pfad im Osten Wo soll denn dieser Rominöse Pfad sein? Da ist wieder dieser Dimensionsstein Geht's hier hoch Nein, hier ist auch Ende Habe ich irgendwas übersehen? Ah Ah, okay Nur für Wendige Jetzt verstehe ich's Wir haben gespeichert Oh Was soll die denn für gestalten? Oh Ah, okay Die brauchen drei Schläge Eins Zwei Drei Freigeschaltet Freigeschaltet Fahrt freigeschaltet Alle Monster zu töten ist bei eurer Quest mit unterhilfreich Freigeschaltet Inventar Klickt das Symbol an oder öffnet es mit Tab Okay, wir können's Mit Y machen Drei von 30 Sterne Zwei von 23 Karten Null Gold Und ein Schwert Freigeschaltet Überwelt Die Welt zu erforschen ist nett Nehmt euch aber vor zufälligen Begegnungen nach Hier können wir auch nicht schlagen Freigeschaltet Mit Rundenbasierter Kampf Gehen wir zu einem anderen Kampf Ah, okay Jetzt befinden wir uns bei Final Fantasy Gegner Nummer 1 Gegenstände Ne, kann man auch nicht Angreifen Nummer 2 tot Rechts sieht man noch einen Zeitbalken Wann wir angreifen dürfen Und wir haben's geschafft Ihr habt 150 Glees gewonnen Okay, also ist das G Kein Gold Sondern es sind Glees Das wird wahrscheinlich die Ingame-Währung sein Oh, eine zufällige Begnung Auha, wir haben nur noch die Hälfte unserer Trefferpunkte Und nochmal 100 Glees gewonnen Kann man hier durch? Ja, kann man Und noch eine Truhe Mode 7 Sah fantastisch aus Als es seinerzeit 1990 eingeführt war Ja, ich kann mich auch noch dran erinnern Ein Emuk Oha Und das war's 50 Glees Achso, okay Wir begeben uns Freigeschaltet Ortsname Die Wiese Hier erfahrt ihr die Namen der Orte, die ihr bereist Zwei Treffer Und drei Das war's mit dir Ach komm Ist sonst zu leicht So Dichter oben noch Freigeschaltet Tor Freigeschaltet Alle Monster zu töten Kann ebenfalls Schätze freischalten Wir speichern Aber wo ist die Tor freigeschaltet? Hier geht's nicht weiter nach links Ach, die da wahrscheinlich Freigeschaltet Dorf Warum ist die Musik in Dörfern immer so nervig? Och, es geht So, hier haben wir eine Truhe Freigeschaltet Häuser betreten Ihr könnt jetzt beliebig in die Privatsphäre ein und andere einringen Das ist wahr Man könnte, glaube ich, im Prinzip so gut wie jedes Haus betreten Hallo Wie immer zu Hause Die Rettung der Welt mit Heldenkristallen von Haa Sakaguchi Ich glaube nicht, dass ich das brauchen werde Okay Dann lassen wir's liegen Mein Krampf von A. Zephyros Klingt nicht besonders unterhaltsam Mein Krampf Ihr habt einen Trank gefunden Hey Freigeschaltet Gast wird Falls ihr etwas müde seid, wartet ein warmes Bett auf euch zu einem fairen Preis Das sehen wir dann Tausend und ein Monster mit einem Schuss von Chuck N Für den unerschrockenen Abenteurer Wahrscheinlich nicht Chuck Norris mit gemeint Guten Tag Ihr seht müde aus Möchtet ihr euch gegen 10 Glees in unserem gemütlichen Gasthaus ausruhen? Warum nicht? Wollt ihr euer Spiel speichern? Jawohl Gut Wir speichern hier Und machen dann Im nächsten Teil weiter Bis dahin Danke fürs Zusehen Macht's gut Tschüssi